Es war eine Liebezeit, die gute alte Zeit vor Anno 14, in Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert, ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig, das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch, die Burschen schneidig, die Dirndl sitzsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals, denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Ah ja, man ist auch nicht mehr der Jüngste, Soderler. Jetzt haben wir es. Gestatten Sie mir eine Frage, Herr Kollege. Ja, bitte schön, Herr Kollege. Was ist das, ein Dampf? Dampf? Na, das haben wir doch alle in der Physik gelernt. Dampf ist ein gasförmiger Körper in der Nähe des Siedel- bzw. Verflüssigungspunktes. Nein, sagen Sie im Ernst. Ich rede doch im Ernst. Aber Herr Kollege, Sie wissen doch, dass ich ganz einen anderen Dampf meine. Ach so, ja. Ja, da gibt es noch den Kohldampf, das ist der bayerische Hunger. Und den Hansdampf, das ist so viel wie Hans Wurscht. Und dann sagt man ganz einfach Dampf zum Schnaufer, also ich meine Hochdeutsch zum Atem. Also dann dürfte es sich bei einem Pferde- und Rostdampf, Gegenstand unserer heutigen Verhandlung, um eine sogenannte Atemerkrankung handeln. Ganz recht, ja, das ist eine Erkrankung der Brusthöhlorgane, angeboren oder erworben, in jedem Fall nahezu irreparabel und vor allem sehr schwer festzustellen. Darum gilt ja auch die Dämpfigkeit bei einem Handler, sogenannter Gewährsmangel. Also ein ganz gemeiner Betrüger, dieser Korbinian Held. Ja, kennen Sie seinen Werbespruch? Nein. Die Schweine-, Hopfen-, Pferde- und Eheagentur Korbinian Held in Geisbach ist kulant, solid, reell und diskret. Ja, unser Korbinian, das wird eine turbulente Sitzung heute. Ich habe noch nie einen Staatsanwalt erlebt, der einen rosttäuscher Mundtot gemacht hätte. Oh, ich bin sehr gut vorbereitet und meine Zeugen sind in Ordnung. Rat Ihnen gut, Herr Kollege, halten Sie sich zurück, stellen Sie keine Fragen, beweisen, können wir dem Held sowieso nichts. Nein, unter einem Jahr und drei Monaten kommt er mir heute nicht davon. Mei, oh mei, Sie kennen den Korbinian Held nicht. Er bringt es fertig auf den Markt und macht Ihnen aus einem 17-jährigen Ackergaul ein vierjähriges Kutschpferd. Ja, das ist ja eben der Betrug, um das geht es ja. Ja, ist ja schon gut, jetzt gehen Sie auf Ihren Platz, wir müssen anfangen. Also, bis gleich, Herr Kollege. Heute werden wir diesem Betrüger das Handwerk legen. Ja, Ihr Wort in Gottes Ohr. Ach, du lieber Gott, und ich will heute zum Fischen fahren. Ein geschäftstüchtiger Angeklagter steht heute vor dem Richter und die Herren Ökonomen der Umgebung zeigen großes Interesse. Gerechtigkeit nimmt einen Lauf. Ich bitte um Ruhe. Glaubens, Herr Rat, es gibt keinen Stand, der es heiztags schwerer hält, es wirst du viel kann, Rot. Hier spricht ein erfahrener Fachmann. Ein Ross, Ochsen und Schweinehändler. Mit der neumodischen Ökonomie sind die Herren Bauern recht die Spitzbomboen. Die stellen dir das letzte Mal gelassen, sag raus. Ach, tut mir sehr leid. Ja, da dürft ihr keinem mehr trauen. Und am allerwenigsten den Kottmeier von Dürling. Den haben Sie nicht ansonsten zum Bürgermeister gemacht. Der ist mit alle Wasser gewaschen. Schworen haben wir es, dass ich mit dem Barziger Handelschaft mehr mache. Ja, es war nicht das erste Mal, damit der Schuft der Erländige so hinterfotzig ausschmiert. Der gehört auf die Angetagebank. Und nicht ich. Drei Bezirksamt in den Umkreis bin ich bekannter als er mal. Lassen Sie doch Ihre Sprich. Sie sind immerhin wegen Betruges angeklagt, und zwar wegen eines ganz gemeinen Betruges. Ein krankes, zerschundenes Bauernpferd, ein sogenanntes dämpfiges Ross, haben Sie für gesund verkauft. Sie, Ehrenmann, Sie. Herr Rath, seit Jahren handelt ich mit Ross. Und mit lauter einwandfrei, gesunde, kernige, brave Rösser. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Reklamation gehabt. Keine. Schauen Sie mich dann, Herr Rath. Schauen Sie mich ruhig an. Sieht so ein Betrüger aus? Der schaut nicht so aus. Weiß ich nicht. Aber das soll es geben, dass der Schein trügt. Die Anklage wirft Ihnen immerhin den Verkauf eines dämpfigen Rosses vor. Und das glauben Sie? Und das trauen Sie mir zu? Mir? Warum nicht? Ich schließe die Möglichkeit nicht aus. Sauber? Was Ihnen der Herr Staatsanwalt vorwirft, nennt man schlicht und einfach Rossdeutscherei. Und das ist eines der gemeinsten Verbrechen in der gesamten Christenheit. Herr Amtsgerichtrat, so wahr ich ein christlicher Kaufmann bin. Der Gaul, der war pumperlgesund. Ein Rassepferd, wir sind königlich im Masch, der nicht schneidiger Stehkopf. Das, wie Sie sich nur so unverschämt zu lügen trauen. Der Herr Staatsanwalt hat ein veterinärmedizinisches Gutachten beigebracht. Wird schon, Herr Staatsanwalt. Der Herr Bezirkstierarzt hat die in Frage kommende Stute bei dem Bauern Kottmeier in Düringen untersucht und dabei eine starke Bauch- und Herzschlägigkeit festgestellt, verbunden mit periodisch auftretender Atemnot. Es handelt sich einwandfrei, so schließt der Gutachter, um eine angeborene Dämpfigkeit. Die Krankheit ist unheilbar und der Wert der Stute betrage kaum 160 Mark. Der Angeklagte aber hat den Gaul als gesund für 800 Mark an den obigen Kottmeier verkauft. Nach allgemeiner Lebenserfahrung hat der Angeklagte um die Krankheit des Tieres gewusst und den Gewehrsfehler verschwiegen. Der Betrug ist somit einläuftend dargestellt und als erwiesen zu betrachten. Ich schlage daher eine Gefängnisstrafe von einem Jahr und drei Monaten vor, sowie Entzug der Handelskarte. Danke, Herr Staatsanwalt. Ich glaube, das genügt. Frohe, das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Mit dem Urteil ist in circa zehn Minuten zu rechnen. Herr Klatter, Justizwort, ich protestiere. Herr Rath, wenn Sie mich verurteilen, ich gehe bis zum obersten Gerichtshof. Ich habe doch den Gaul-Bumpel-Gesundern den Kottmeier verkauft. Der Kottmeier aber hat das Rose erst verdorben. Der ist ein bekannter als Rossschinter. Was wollen Sie denn noch? Haben Sie es denn nicht gehört? Das veterinärmedizinische Gutachten spricht von einer angeborenen Dämpfigkeit. Was versteht denn der Bezirkstierhaus für die Rose? Was fällt Ihnen denn eigentlich? Haisi, Ruhe! So ein Gaul, der kann leicht dampfen werden. Das geht von heute auf morgen. Die Stürten, der hat Zorn wie ein Viech und der Kottmeier kriegt er nicht genug. Und was ist nachher, wenn nach 25 Uhr daheim der Gaul schwitzt wie eine Sau und in die Zugluft von seinem kalten Stall hineinkommt? Oh, lieber, ich kann meine Bauernfümpfer. Ruhe da hinten, bitte! Und ein Geständnis wollen Sie nicht ablegen, nein? Nein. Nein. Angeklagter, Sie wissen doch ganz genau, dass man die Dämpfigkeit eines Gauls für etliche Stunden vertuschen kann. Ja, das ist ja das Heimtyktische an der Krankheit, dass die Tiere zunächst völlig gesund aussehen, dass man ihnen überhaupt nichts anmerkt, wenn man mit gewissen Mitteln etwas nachhilft. Na ja, wie Herr, na schon gehe, Herr Staatsanwalt. Aber wenn Sie mir sowas zutrauen, da sind Sie ein ganz und schlechter Mensch. Bitte? Ah, Menschenkönner habe ich sagen wollen, natürlich. Haben Sie mich? Haben Sie noch mal Geld gehabt, Held? Wachtmeister, rufen Sie mir den Zeugen Kottmeier herein. Kottmeier? Wohl! Nur Herr Räder mit den Harderumpen, der soll mich jetzt auch kennenlernen, man aber. Der Burscht kann sich freuen. Die Wahrheit muss raus und wenn es drei Tage dauert. Da, da, für Sie, Herr Meier, da! Schätzen Sie sich, Held. Pass auf, Kottmeier, was ich dir sage. Wir Bauern brauchen überhaupt keine Viechhandler. Das Geld können wir uns sein, mein Stecker. Gegen einen ehrlichen Handler habe ich nichts. Ein Handel und Wandel muss sein auf der Welt. Das steht ja schon in der Bibel. Sag mir du lieber, ob du das Ross ehrlich verkauft hast. Du hast meine Hand drauf, Kottmeier. Das Rest ist dann vergewähnt von jung auf. Ja, Glatzen, du, wir hätten gerade das Ross verkauft. Die Schildsturten, das hätte ich nicht aufgelassen, obwohl ich das nicht vollzurehen habe. Kottmeier, aufdletz, wir sind dran. Ja, wie steht's? Haben Sie schon Kraft? Noch nicht, aber jetzt, meine ich, geht's dann auf. Nein, nein, man darf keinem Menschen mehr trauen. Und dir schon gar gar nicht. Die schönen Ross und die jungen Weiber haben schlagende Togenden. Uns zwei drehtsam schmusst der Pärze, der Schlecht. Ach, ich bitte um Ruhe, bitte, bitte. Kottmeier, Sie sind doch ein Pferdekenner ersten Ranges. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Sie sich von einem Händler für 800 Mark einen kranken Gaul antren lassen. Na, von dem schon, der verkauft er einen toten Gaul auch noch. Ruhe, wie viel haben Sie denn bezahlt für den Gaul? 800 Mark hätte er wollen, aber einen 20er habe ich ihm noch runtergehandelt. 780 Mark habe ich ihm gezahlt, dem Hame. Ja, gell. Ruhe, war das nicht von Haus aus schon ein bisschen viel? Ja, Sie hätten den Gaul sehen sollen am Markt. Eine vierjährige Fuchsstutten. Stramm gewachsen, schneidig, gut beieinander und frisch aufgelassen. Die hätte jeder gekauft. Und wann haben Sie bemerkt, dass ja der Dampf ausgeht? Ja, gleich am nächsten Tag in der Früh. Beim ersten fuhr der Klee. Das Lüder schnauft und pfeift und war schon immer zum Ziehen. Ich bin gleich aufs Radlauf gesetzt und nach Geisbach rein, zu ihm da. Der kommt raus und sagt, ich hätte die Studen von gestern auf heutzutage gekriegt. Darf das ein ehrlicher Handelsmann sagen? Schon hat er gelungen, Herr Rath. Schon ist er meinneutig. Er ist nicht den ersten Tag, er ist nicht den zweiten Tag. Er ist erst den dritten Tag gekommen und hat reklamiert. So, Herr Rath. Ich habe es in meinem Kalender, das Datum da, ganz genau vermerkt. Auf deinem Kalender ist Pfeffer. Ich bleibe bei meiner Aussage. Herr Rath, ich beantrage die Einvernahme des Simmerl Obermeier, was der Rostknecht ist da. Ja, Himmeltonnerwetter, angeklagt, da setzen Sie sich auf Ihren Platz und halten Sie den Mund. Wer hier vernommen wird, das bestimme ich. So, ich habe keinen Apfelkarten. Ich bin mein eigener Anwalt, gell? Und ich darf auch reden, wenn es um meinen Kopf geht. Sie reden gerade genug. Außerdem ist mir das nicht ganz klar, was Sie sich von der Einvernahme dieses Knechtes da versprechen. Aber bitte schon von mir raus. Wachtmeister, den Zeugen Simon Obermeier. Simon Obermeier, jawohl. Äh, Dankeschön, Herr Zeuge, Sie können sich auch setzen. Ja, ich mein, der Fall ist doch sonnenklar, wir verdrödeln nur noch die Zeit. Ja, bitte schon, Herr Rath, denken Sie sich doch in meine Situation. Ich kaufe und verkaufe im Jahr 100 Ros. Und seitdem ich das Geschäft betreibe, bin ich noch nie vor Gericht gestanden. So. Woher kennen wir uns denn dann so gut, hä? Wegen dem Pfeifferldampf von die Ressernetz, gell? Und das andere, das waren ja bloß so Kleinigkeiten. Und überhaupt, haben Sie mich ja meistens freisprechen müssen. Mangels Beweises, ja. Da waren ein paar recht wohlwollende Freisprüche drunter, meine Lieber. Herr Zeuge Simon Obermeier, Dienstknecht. Ist recht, ja, mein lieber Zeuge. Kommen Sie, treten Sie näher. Noch näher, so. Das ist ja ein Depperl da. Der ist ja geil zeigungsfähig. Wenn er schon den Dimmsten von seinen Knechten aufs Krieg mitnimmt, nachher weiß man da Bescheid. Sieh hin, der künftige Patron Sie. Wieso? Jetzt weiß ich, warum Sie die Einvernahme des Knechtes verlangt haben. Sie... Na, komm mal, seid her zu mir, Simmerl. Nein, nein. Gott, na ja, was soll denn das? Entschuldigen Sie, Herr Rad. Der Simmerl ist der beste Mensch, der ist gerade ein wenig schüchtern. Ein wenig schüchtern, ja, das sehe ich. Haben Sie denn keine anderen Zeugen unter Ihren Dienstboten, hä? Der Simmerl ist derzeit Rostknecht bei mir. Und er hat den Dampf als erster gemerkt. Das ist der richtige Zeuge. Na, was, ein Depp ist er. Na, da bist du ja du ein Depp. Was sagst du noch? Rohr, Rohr, sonst werde ich grattig. Hey, du setzt dich sofort auf deine Anklagebank und du kommst mir auf die Beine. Himmel, Donnerwetter, wir müssen doch schauen, dass wir weiterkommen. Jetzt kommen wir es heute endlich her zu mir, Simmerl. Wann haben Sie die Dämpfigkeit der neu erworbenen Stute festgestellt? Oh, schau, Zeit, nur Redenzalt. Ich habe heute nicht sehr viel Geduld, Sie. Wann haben Sie an der Stute den Dampf bemerkt? Wie der Bauer gesagt hat. Wie der Bauer gesagt hat. Von Ihnen will ich es wissen. Na, nein, sag nichts anderes. Das, was der Bauer sagt, das ist schon wahr. Das sind Zeugen, was, Herr Staatsanwalt. Ich verzichte auf eine Vereidigung des Zeugen. Es ist zum Verzweifeln. Wie ersetzen Sie sich, Zeuge? Nein, nicht da. Da rüber auf die andere Seite. Sie haben Bauer auf die hintere Bank. Der Prozess ist zu früh, Bergwohner. Der Rest sind nur noch Formalitäten. Ja, freuen Sie sich bloß nicht zu früh, Sie. Bei euch braucht der Richter mehr Geduld als der Pfarrer. Wachtmeister, den Zeugen Adra. Zeugen Adra, jawohl. Ja, richtig, der Adra, der ist ja noch da. Ja, von denen habe ich ja die Sturten um 7 oder 80 Mal gekauft. Jetzt kann er überhaupt nichts mehr schief gehen. Geh weiter, gib's auf, Koppmeier. Sagt Wahrheit. Ja, es kann an jedem passieren, dass er mal egal krank wird. Deswegen bist du aber nur ein Ehrenmann. Nur länger darfst du es nicht. Nur einen Unschuldigen darfst du deswegen nicht Strafmasse werden lassen. Verstehst du? Angeklagter, Sie haben den Zeugen keine Ratschläge zu erteilen. Schaut, dass Sie nicht überkommen auf Ihrem Platz. Wenn ich Sie noch einmal vermahnen muss, zahlen Sie mir 10 Mark in die Gerichtskasse. Ja, ich sag sowieso nichts mehr, nicht? Der Zeuge Adra, Georg Adra, Bauer von Adering. Ist gut, kommen Sie her, Zeuge. Hoppala. Jetzt sind die 10 Mark fällig, gell? Notieren Sie, Schreiber. Herr Zeuge, wie teuer haben Sie dem Angeklagten die Stute verkauft? Gar nicht billig. 145 Mark hat er mir noch gezahlt für das Rost. Was? Wie viel? Ja, ja. Ein guter Rostmetzgerpreis ist das. 145 Mark für ein dampfiges Stuten. Ja, du Haderlung. Ja, du schönheiliger Spitzbuehr. 725 Mark hast du gekriegt und die Garantie hast du mir gegeben. Ich hab dir keine Garantie gegeben. Herr Rath, hohes Gericht. Ist schwer 100 Eide. Tausend. Ich hab die Stuten als Bumperl schon ins Pferd vom Adler gekauft. Ich hab 725 Mark gezahlt. Und die Garantie hat er mir gegeben. Existiert denn kein Kaufvertrag? Ja, woher? Beim Viechhandel, da gilt doch der ehrliche Anschlag. Pasch, pasch, pasch. Nicht? 725 Mark zum dritten und letzten Mal. Ich habe keine weiteren Fragen. Ja, vertrauen wir nicht die Zeit. Herr Staatsanwalt, bitte beginnen Sie mit Ihrem Plädoyer. Hohes Gericht. Ich neige zwar nicht zu der Auffassung, dass wer mit Pferden handelt, über kurz oder lang kein Rosttäuscher wird. Aber im vorigen Fall haben wir es nicht mit der üblichen Spitzbüberei zu tun, sondern mit einem ganz gemeinen Betrug. Halt den Start, Herr Staatsanwalt. Ich hab noch einen Beweis für meine Unschuld. Was erlauben Sie sich denn angeklagt, he? Sei Beirin, sei eh weibschlisch werden. Ich verlange es. Meine Frau hat am Ende noch mehr Religion im Leib. Es wird ja Bandit, der schlechter. Ich verzichte auf die Zeugin, die Beweisaufnahme hat eindeutige Ergebnisse gebracht. Aber, bitteschön, Herr Rott, das kann doch nicht jeder an Meinheit schweren, heutz. Ich bin doch unschuldig. Sei fix total unschuldig. Ja, Herrschaftszeiten noch einmal. Sie machen es ihm aber schwer. Na ja, mir raus in Gottes Namen. Wachtmeister, rufen Sie die Bäuerin rein. Die Bäuerin? Jawohl. Dankeschön, Herr Rott. Jetzt kommt die Wahrheit an den Tag. Ich spür's. Das war nicht das erste Mal, dass das Weib ehrlicher war. Das wäre so ein meineidiger Schuft. Herr Rott. Da haben Sie meine Hand. Sie müssen mir ja doch noch freisprechen heute. Schlagen Sie! Das Recht ist auf meiner Seite. Das Recht lässt sich nicht aushandeln. Ich danke. Setzen Sie sich auf Ihren Platz und halten Sie den Mund. Ja, wieso? In Pertinent! Weg! Und Sie, Zeuge Adra, setzen sich auch? Ja, wehrer. Die Zeugin Adra Maria, Bäuerin von Adering. Ja, ist recht. Kommt sehr zu mir, Frau Zeugin. Grüß Gott, Herr Richter. Grüß Gott, Herr Richter. Herr Staatsanwalt, bitte. Da fragen Sie die Zeuge nie. Ich mag nicht mehr. Ich lass mich versetzen. Frau Zeugin, treten Sie näher. Beantworten Sie mir meine Fragen. Erstens, war die Stute, die Sie am 9.7. verkauft haben, und zwar an den Angeklagten verkauft haben, war die gesund oder krank? Schwier kann meinei, Bäuerin. Der Meiner, dieser größere sind, es wird zwanzig tot sind. Himmeltonerwetter! Angeklagter, wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass Sie den Zeugen keine Anweisungen zu geben haben? Und Sie, Sie hören mir nicht auf den Angeklagten, sondern beantworten nur die Fragen des Herrn Staatsanwalts. Mein Gott, was soll ich denn sagen? Heiler, geschützengel, stehen mir bei, dass ich nichts falsch mache. War die Stute krank oder gesund? Unser Liesl. Mein, das ist ein Nahrungsluder gewesen. Gewiss, ein schneidiges Ros, aber schon als zwei Jahre geh ist ihr da der Dampf ausgegangen. Bein! Zweitens, für welche Summe haben Sie die Stute veräußert? Für 100 Mark. Frau Blatt, jetzt haben Sie sie verballt. Erinnern Sie sich an die Summe genau? Ja, Freule, 100 Mark hat ihm der Handler gar gegeben, hat der Mob gesagt. Mir ist auch ein wenig vorkommen. Hat er mehr gekriegt, gell? Mir sagt er ja die Wahrheit mir, der Schlawiner. Wie viel hast du mir nachher unterschlagen? Jetzt sei noch Gott, Staat! Wegen die 45 Mark ist doch nicht wert, dass du ein Theater hermachst. Ja, wo ist das wert? Du machst mich ja nicht zum ersten Mal so. Als Bayerin rackertst du und rackertst mit den Ohren und musst froh sein, wenn du dir ein paar Training auf Seiten bringst. Und er lässt mir gleich 45 Mark verschwinden. Dabei weiß ich gar nicht, wo er das Geld hinbringt. Der hat er noch ganz schlecht. Ja, das gehört doch alles nicht hierher. Wenn wir uns streiten wollen, dann machen Sie es daheim. Und den Weiberteufel hat mir auch eher zugeschmust. Für das kriegst du heute nichts mehr. Ja, von dir kriegt man freilich nichts. Eine friedfertige, brave Frau mit 12.000 Mark im Bau hat er mir versprochen. Und was habe ich gekriegt? Gezangen mit ihren Lumpen, die 8.000 Mark. Maria und Josef, wir laufen ja noch auf und davon. Ja, lauf noch gerade zu. Ruhe. Ja, mei, Bayerin, da kann ich Ihnen auch nicht helfen. Da sind Sie an der falschen Instanz. Wir sind hier kein Scheidungsgericht. Wir haben lediglich festzustellen, wer von euch wen betrogen hat. 12.000 Mark, unterschneidiges Weib hat er gesagt. Und du nachher, was denn du dein Gutheit? Du Geizkram, du Eiskelder. Also, Frau Zeugin, wird es mir jetzt allmählich... Ich habe doch keine Ahnung, Herr Richter, was ich mit dem Ohren aushalten muss. In der Kuchel verbrauch ich im Zuhl, mei und zu viel Schmalz. Mit mir und Not, dass er mir das Brot in Zuppen nicht verkommt. Kein Felsen gewandt habe ich die 10 Jahre noch nicht gekriegt. Die wollen mich gern von Heirat bin. Sei statt, Weiberl. Dein Heiratsgeld ist heute noch nicht ausgezahlt. Nein, 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 ich lauf noch auf und davon. Nein, ich kann Ihnen nicht aufhalten, Bayerin. Setzen Sie sich. Wer hat mir die Heirat vermittelt? Der da, der Leib mit dir, der Schlechte. Ich habe dir die Braut nur vorgeschlagen, mein lieber Anderer, gell? Heirat hast du es du selber. Und wenn aus der Braut später einmal ein Gesandtippen wird, dann ist das kein gesetzlicher Fehler. Ich kenne den Paragrafen. 300 Mark Schmuss hast du kassiert. 300 Mark. Und die Rimpf, ich habe es dir gezahlt. Und von mir noch mal 200. Das sind die Geschäftsbedingungen. Und eine spätere Reklamation ist zwecklos. Und eine Garantie gibt es ja schon gleich gar keine beim Heiraten. Im Ganzen hast du 500 Mark kassiert. Naja, ich habe Spesen auch gehabt. 500 Mark mit Zins und Zinseszins, das macht allein schon 725 Mark aus. So, der Leimande. Jetzt bis Gerichtsmasse. Halt. Überlassen Sie mir den Zeugen, Angeklagter. Adra, treten Sie vor. Hä? Vortreten sollen Sie, habe ich gesagt. Ja. Ich habe Ihnen nur eine Frage zu stellen. Na, wird's bald. Wie kommen Sie denn auf die Summe von 725 Mark? Ja, so gerade. Ja, nix so so gerade. Das macht allein schon 725 Mark, hat sie gesagt. Was macht allein schon 725 Mark? Der Zins und Zinseszins für den Heiratsschmus, den er mal abgeschwindelt hat. Ja, von der Frau 200 und von mir 300. Ja, in zehn Jahren etwa. Macht das bedeutend mehr aus, mein Lieber. Was, noch mehr? Ja, und das Rose hat er auch noch. Adra, Sie sind Ihr Zeuge. Sie können nicht verurteilt werden. Also sagen Sie mal die Wahrheit. Für wie viel haben Sie die Stute verkauft? Darf der uns Bahn auch so ausschmeißen? Nein, er darf es nicht. Also nennen Sie mir getrost die Summe. 300 Mark für das Weib. Und Sie? Noch einmal 200, ich weiß. So was wurmt einen, gell? Und Sie wurden das gar schon seit zehn Jahren verständlich, Adra, sehr verständlich. 12.000 Mark hätte sie im Bar, hat er gesagt. Und keine Acht hat sie gehabt. So jetzt nennen Sie mir schon den Preis der Stute. 725 Mark, ich habe ihm hinblättert. Schubft der Ländiger. 725 Mark für ein Dämpfiges Ros. Ich rimpf ich, ich saubläds. Jetzt? Seien wir gewitt? Na, endlich. Danke, Herr Zeuge, Sie können sich setzen. Jawohl. Und Sie? Sie müssen mich freisprechen. Ja. Leider. Das Leben geht weiter. Ob Freispruch oder Zuchthaus. Auch in der guten alten Zeit. Und auf die Guillotine hat unser alter Herr Rat eh niemanden geschickt. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse. Menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich-bayerischen Amtsgericht. Das Leben geht wiederum. Das Leben geht wiederum. Musik 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 Musik